Und der Bruno Gröning, der hat sein Wissen, was ja nicht sein Wissen ist, sondern er hat es bekommen. Es ist hinzugeflossen. Aber er hat sich selbst von dem, was er so bekommen hat, erst mal überzeugt. Das, was uns Bruno Gröning gebracht hat, sind ganz, ganz markante Dinge. Das Erste war, ich will gesund werden, egal wie. Die Menschen sind zu ihm hingekommen und dann haben sie Heilung bekommen. Nicht alle. Und auch nicht alle sofort. So, das war das Erste. Aber das Zweite, ganz Wichtige ist, Bruno Gröning hat uns mit Gott verbunden. Und damit sind wir direkt am Elektrizitätswerk angeschlossen. Das heißt, der Stecker ist jetzt in der Steckdose. Wir bekommen da die Kraft. Und diese Verbindung war vorher nicht da. Wir haben es gestern gehört. Keine Kraft. Die Kraft war nicht mehr da. Ja. Die Kraft ist das A und O. Sie können, egal was, ohne diese Kraft, ohne diese göttliche Kraft geht nichts. Bei uns, beim Tier, beim Auto, beim Kühlschrank. Jedes Gerät hat einen Stecker. Warum? Nein, ganz einfach. Damit man Energie dem Gerät zuführen kann. Oder es hat einen Akku. Aber auch da muss man vorher einen Stecker dran machen, damit der Akku voll ist. Und wo ist unser Stecker? Bei der Geburt ist das Ladekabel dabei. Nur wir wussten es nicht. Das sind unsere zwei Hände. Die brauchen wir nur aufzumachen. Wir müssen sie nirgendwo reinstecken. Hände auf. Und dann hier oben auch aufmachen. Das ist unser Ladekabel, liebe Freunde. Und damit sind wir angeschlossen. Damit bekommen wir immer die Kraft. So, jetzt haben wir die Kraft. Und was ist jetzt noch ganz wichtig? Damit wir nicht wieder krank werden. das Wissen. Wie bin ich denn krank geworden? Ja, wenn Sie die Waschmaschine haben und Sie denken, meine Güte, Schuhe sind dreckig. Mein Mann hat da draußen so viele Steine, die sind auch dreckig. Ich tue mal alles mal rein. Und dann wundern Sie sich, dass die Maschine kaputt geht. Sie rumpelt zwar fürchterlich, aber sie hören nicht hin. Die Waschmaschine schreit. Tu die Steine raus. Sie lassen es weiter rumpeln. Kaputt. Kundendienst. Ja, der repariert Ihnen das. Liebe Freunde, aber er sagt nicht, woran es lag. Und Bruno Gröning, der wusste das ja. Und da hat er uns das Wissen gegeben. Die Lehre Bruno Grönings. Und es gibt ja vielerlei Möglichkeiten, Wissen zu vermitteln. Ja, man kann zum Beispiel auf YouTube gehen. Wie züchte ich Bienen? Da hole ich mir da das Wissen. Oder ich gehe in die Schule. Oder ich mache einen Kurs. Oder ich bringe es mir selber bei. Und der Bruno Gröning, der hat sein Wissen, was ja nicht sein Wissen ist, sondern er hat es bekommen. Es ist hinzugeflossen. Er hat das erst mal selber, ich will jetzt nicht sagen ausprobiert, aber er hat sich selbst von dem, was er so bekommen hat, erst mal überzeugt. Ja, sie kriegen Gedanken und da muss man sich erst mal überzeugen. Und Bruno Gröning hat sein Leben dafür benutzt, um sich von all diesen Dingen zu überzeugen. an sich selbst. Und wir wissen, was er alles durchlebt hat. Also wenn er von unheilbar spricht, aufgegeben, dann weiß er, wovon er spricht. Er hat das an sich selbst alles überprüft. und das, was er als Wahrheit dann in sich gefestigt hat, das hat er weitergegeben. Und das ist seine Lehre. Und damit hat er das Wichtigste zusammengefasst. Er hat uns das Wichtigste zu wissen gegeben. Und das ist meine Lehre. Jurgen. Und das ist meine Lehre. Und das ist meine Lehre.